. . . . . Jetzt kann ich gehen. Hallo. Puh! Hi! Echt, wir haben auch Namen. Unhöfliches Pack. Ich hasse die Dunkelheit, habe ich das schon mal gesagt? Oh, ich bin Alleinunterhalter, cool. Ich mag die Dunkelheit auch nicht, habe ich auch gerade eben gesagt. Ich habe Angst in der Dunkelheit. Halt die Fresse, ich will nicht schlafen. Okay. Warte, du willst nicht schlafen, wirst du davon etwa müde? Nein. Boah, ich habe gestern ein super Video bei YouTube gesehen, so ein... Okay, du bist jetzt ab sofort Typ. Ey, Typ. Typ. So ein Papagei, der Duckstep nachsingt. Da ist ein Airdrop. Cool. Da ist ein Airdrop. Ja, da kommt aber nicht dran. Da ist ein Airdrop. Ja, Torsten probiert es jetzt wieder so lange, bis er oben ist beim Airdrop und dann die Spawn-Tag wieder 10 Sekunden vor seinem Gesicht. Ich habe das letztes Mal geschafft. Ernsthaft? Nur jetzt habe ich nichts zu hochbauen, ja, ja. Ich habe einen Airdrop aufgemacht, da waren Holzsachen drin, da habe ich mich direkt hochgebaut. Oh, war gut. Dragon. Ich glaube, hier kommt man so nicht drüber, oder? Oder mit ein bisschen Jump-in-Run. Jump-in-Run. Autsch. Mir ist kalt. Mir auch. Keiner wärmt mich. Mir auch nicht. Nein, das klappt nicht. Nichts gut zu haben mit dem Run. Na, warten wir mal auf den nächsten Airdrop. Und da war jemand weg. Dum, dum, dum. Und da war wieder jemand da. Da eine verfickte Huren-Scheife! Oh, 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 oh. Da klatscht der mit dem Gesicht voll auf den Stein. Ich habe keinen Bock mehr! Werde hier die ganze Zeit abgeknallt! Oh, eine Tüte mit Salz. Oh, schade, schon vorbei. So, da bin ich auch wieder. Willkommen zurück im Spiel! Meint der uns da mit Freunden vorwarn? Nee, 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 der hat, der, äh, irgendeiner von denen hat einen anderen Kumpel von denen umgeknallt und der wusste es aber nicht. Hm. Was hatten wir das letzte Mal eigentlich gesagt? Wie lange nehmen wir jetzt auf? Hm, keine Ahnung. 25 oder was? Wir sind fertig, wir gehen nach Hause. Nee, 25 finde ich besser. Gut, wie vorbereitet wir hier sind. Ja, ne? Ich hoffe, du hast auch eine Zeit im Auge, weil ich habe es nämlich nicht. Ja. Wer ist hier schlecht vorbereitet? Sag's euch, wir sind super, super toll gut vorbereitet. Sag's euch, G19. Ich habe eine G15, reicht doch. Aber eine G19 ist toll. Oh, der Mond. Ach ja, dieser wunderschöne Himmel, ne? Der ist, ja, nahtloser Übergang. Man sieht gar keine Schlieren und nix. Epic Himmel. Einweg oder mehrmals benutzt. Das ist eine gute Frage. Ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Wobei, das ist ein Dietrich und Dietrich wäre bei mir ein Weg. Und das Ding wäre dann noch immer noch zu. Kann es mal hell werden? Ja, bitte. Oh, es wird doch langsam. Ich will, was es hell wird. Ich auch. Es ist doch hell, ihr Luschen. Bist du auf dem Sämser, aber wie wir? Ja. Wo seid ihr überhaupt? Ah, da fängt es schon an. Ich hänge immer noch bei Kirby und so rum. Aua. Wo seid ihr? Am Leben. Irgendwo, ich weiß es nicht. Ihr weiß nicht, wo ich bin. Oh. Da ist ein Berg. Und ein Baum. Oh. Ich benutze dich gleich. Iiii. Oh ja, geil. Wo ist denn dieses verkackte Haus hin? Kommen wir doch gleich wieder spontan die Hundewelpen in den Sinn. Hundewelpen? Die sind schlange tot. Das weißt du. Bring die nicht immer wieder hoch. Oh. Sollen wir uns mal wieder am Haus treffen? Äh. War das jetzt ein Näh oder einfach nur Gestöhne? Äh. Das war einfach nur Gestöhne. Oh. Ja, ich versuch neben... Hey, der ist Daten, please. Ich versuch... Der ist Daten, please. Ich versuch nebenbei, ihr Porno zu synchronisieren. Bisschen Fanservice, wa? Was? Bisschen Fanservice für unsere Zuschauer. Genau. Irgendwo müssen ja die Abos herkommen. Ja. Die Sau will nicht sterben. Hallo? Ja, Mann. Das blöde Schwein will nie verrecken. Oh. Jetzt. Oh, das hat aber gedauert, ey. Nein, ein roter Bär. Nein, mein Headshot ist kaputt. Nein, wir werden alle sterben. Ja. Nein, wir müssen die Aufnahme beenden. Jetzt schon? Ja. Oh mein Gott, lass mich noch zu Ende craften. Lass mich noch vom Bär wegrennen. Seit wann? Ist alles dir? Höre? Nein, hier, hier liegt, hier liegt ein Rucksack von Kirby. Achso. Also, Kirby ist jetzt die ganze Zeit da drauf. Jetzt könnte ich ihn erschlagen und beide Rucksäcke nehmen. Oder auch nicht. Dies bohrt eigentlich dann der erste Rucksack, wenn man danach nochmal stirbt. Keine Ahnung. So viele Fragen. Ja. Du stellst eindeutig zu viele Fragen. Ja, ich bin halt wissbegierig. Evil Chicken. Sollten wir mal Gruppe die TS-Daten machen. Ja. Wolltest du. Oh mein Gott, jetzt können unsere Zuschauer alle auf den TS kommen. Na, super. Na, hast ja ganz toll gemacht. Nie wieder Privatsphäre. Privatsphäre. Was ist das? Hallo, wir sind bei YouTube. Privatsphäre, was? Ach ja, scheiße. Stimmt ja. Facebook. Hallo? WhatsApp. Oh, 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 oh. Ja. Was ist mit dem Dödelmann? Ja, das ist das Schlimmste von allen. Sag ich doch. Ich hab übrigens einen Eisenhatchet. Du stinkst. Und ich hab ne komplette Rüstung an. Du stinkst. Nach toten Fisch. Verwesten toten Fisch. Das kommt von der Radioaktivität. Tut mir leid. Also gehst du davon aus, dass du ein Small Ratton bist, ja. Davon bin ich ganz weit weg. Das ist gut, da bin ich nämlich grad auf dem Weg hin. Töte dich. Wieso? Ich hab nämlich ne Pistole gefunden. Heul doch. Wir haben einen Bären hinter mir. Wie heul doch? Wie seid ihr heute drauf? So wie du. Wie bist du denn heute drauf? So wie du. Hey, shelter weg sonst nichts, Buck. Alter. Hey, ich schwör, Haftbefehl, ja. Haftbefehl, ja. Ich hoffe, wir haben keine Haftbefehl-Fans unter unseren Leuten. Ansonsten bitte deabonnieren. Können sich jetzt freuen. Nein, jetzt Spaß beiseite mal, aber deabonnieren bitte. Ja. Ich hab ja nichts gegen die Leute, aber ich mein, die können ja nichts für ihr Hirn schaden, aber... Ja, aber, aber... Beziehungsweise Hörsturz, aber... Bitte, ne? Nicht. Die sind jetzt im TS. Sollen wir sie mal begrüßen gehen? Wir müssen erst die Aufnahme beenden, was? Ja, seid ihr jetzt mal fertig da mit Craften und weiß ich nicht, was nach Toten Fisch fließen. Warte, jetzt, jetzt bin ich grad in Small Red Town. Jetzt musst du kurz warten, bis ich raus bin. Ja, wo sollen wir uns denn treffen? Ich beeile mich. Ich stehe... Ich bin schon fast durch. Unserem Ferienhaus. Warte, 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 ich komme gleich nicht. Ich bin gleich fertig. Ich hab's gleich geschafft. Ich würde sagen, treffen wir uns hier so lange, bis wir unser eigenes Haus wieder stehen haben. Ja, ja, ja. Hier sind drei Bären vor der Tür. Drei Bären vor der Tür. Ich bin dafür, ich baue mir hier ein Haus hin. Ich bin dafür, das lässt du. Ich bin dafür, ich baue in Small Red Town. Hab ich's in so ein. Ja, baue du in Small Red Town und verrecke da drinnen wegen der Radioaktivität. Oh, gut, dass du's gesagt hast. Ich wäre jetzt zu doof gewesen, um das zu realisieren. Echt jetzt? Oh mein Gott, ja, total. Ich bin ne Frau, Technik und so, du willst. Ja, ja. Dann haben wir diese Vorurteile auch schon wieder durch. Also, man soll dann noch dabei sein, du bist blond. Du bist blond. Ja, sie ist blond. Pssst, du bist blond. Liebe Miss Nerdy ist blond. Total. Ja, sie ist blond. Total blond. Ja, ja. Du bist blond. Ja, aber wir müssen doch die Vorurteile hier abgrasen. Du bist blond, Stroh doof, kann es nicht mit Technik. Bist groß, hast doppel oder dreifach D und jo. Ach, bloß D? Hm, schade. Ja, kann's auch G, H, Y, Z haben. Ist mir egal. Z, sie hat Z. Weil da steht dann mein Nachname drauf. Und den sagt man jetzt nicht. Da steht mein Vor- und Nachname drauf. Hey, jo. Habt ihr denn? Ich habe gerade deinen Satz realisiert. Mein Satz? Ja. Welchen von denen? Erläutere ich dir außerhalb des Videos. Also, ich wäre dann so weit. Weiß selber nicht mehr, was ich gesagt hab. Ja, Thorsten, bist du auch so weit? Wie weit? Können wir uns für heute verabschieden? Ich bin auf dem Weg. Achso. Du musst doch ein bisschen weiter außen rumlaufen, weil ich nicht durch die roten Viecher will. Ach, die laufen doch eh irgendwann weg. Ja, irgendwann. Jo. Aber ich bin ja quasi kurz vor zu Hause. Achso. Quasi. Ja, wenn hier nicht so viel Holz und Stein zwischenlägg. Es ist eine Schokolade von dir. Schokolade. Schokolade. Ich hab noch mehr Schokolade für dich. Schokolade. Ich komme raus. Wo bist denn du? Ich farme noch. Ja, liebe Kinder. So kriegte jede Frau rum mit Schokolade. Wir sollten die Aufnahme auf 10 Minuten verringern, weil wir dann eh noch eine Viertelstunde länger aufnehmen. Wir können die Aufnahme auch auf 5 Minuten verringern und dann so Highlights reinbringen. Highlights von der Folge oder was? Naja, so ein Stein abgebaut, einmal gestorben. Nein, 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 wir machen das ganz anders. Wir verkürzen unsere Folgen auf 5 Minuten und die ersten 4 Minuten davon sind Highlights aus der letzten Folge. Und in der fünften Minute sieht man halt nur, wie man eine Foundation setzt, zum Beispiel. Naja, wie du so einen Klumpen Holz abbaust. Genau. Oder Stein von mir aus. Obwohl, in einer Minute schaffst du bestimmt noch mehr, wenn die so dicht beieinander liegen. Aber darfst du es nicht tun, dann läufst du zu einem hin, baust das eben ab, dann bist du auf dem Weg zum anderen. Und dann sagst du direkt die Absage so, ja, ob ich das Scherz schaffe, das in der nächsten Folge abzubauen, das seht ihr demnächst. Und dann auch unten rechts dann so einblenden, to be continued. Nein, wir sind Deutsche, also Fortsetzung folgt. Also, ja, tut mir leid. Könntest du jetzt weniger quatschen und mehr hier hin? Ah, gut, da müssen wir näher. Ah, da ist er. Hab ihn gesehen. Ja, du hast ihn gesehen, oh mein Gott. Versteck dich. Okay, warte. Warte, ich verstecke mich ganz, ganz gut. Gut. Hab mich versteckt. Warte, warte. Ich verstecke mich in dir, dann sieht ihr uns beide nicht. Das klappt, pass auf. Ja. Geschwander. Das klappt. Oh ja. Ganz leise. Ja, ja, ja. Pssst. Das ist nicht mehr zu langweilig. Ja. Es wurde ein bisschen warm in dir. Oh. Au. Was? Kass auf. Ich hab in die Luft gezielt. Au. 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 Halt immer gehauen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der kleine Nemesis möchte sich bitte am Haus einfinden. Der kleine Nemesis möchte sich bitte jetzt am Haus einfinden. Seine Eltern warten schon sehnsüchtig auf ihn. Du hast dich nicht verlaufen. Du hast dich nicht verlaufen. Wurde sagen, wir beenden jetzt die Aufnahme. Der findet sich schon wieder. Nein. Ich hab's doch gleich. Ungedogen, wir stehen bestimmt hier 10 Minuten schon rum und machen nichts. Richtig. Ja, aber ich mache was. Ja, das sieht aber keiner. Warum nicht? Weiß ich, wie leute es. Es sponsert Thorsten mal einen neuen PC. Genau. Oder zumindest neues Motherboard inklusive CPU. Genau. Konto Nummer 1234567. Ach nein, wir haben ja jetzt ISBN. Ja, und die ist 120.000 Nummern lang oder so. Also Nummer 123467718910111121314. Alsoorfено. Und ein DE davor. Echt? Es sei denn, ihr wollt auf Nemesis Schweizer Bankkonto überweisen. Pst. Hab ich nicht, hab ich nicht. Sagst du. Hey! Er hat's geschafft. Da ist ja wer. Der Homer hat wirklich eine ganze Rüstung an, das ist hier nicht normal. Ich hasse dich. Wo rennst du jetzt schon wieder hin? Reparieren. Mit einem Bär am Arsch. Lass uns jetzt erstmal für heute zum Ende kommen. Das reicht, das war schon wieder verstörend genug. Ja. Ihr wolltet eh die Aufnahme beenden, also kann ich hier rüberlaufen und das reparieren alles. Halt doch mal das Maul. Halt doch mal das Maul. Ich sag jetzt in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Goodbye, my lover. Goodbye, my lord. too. Bye, my baby. Looks good. Okay, go to school. Untertitelung. BR 2018